Feierabend und Parkplatzsuche. Eine der besten Funktionen im Zweier Active Tourer ist der automatische Parkassistent. Schon auf der Suche scannt er mögliche Parklücken ab, die er mir hier vorne schön anzeigt. Finger drauf tippen, Füße weg und Hände weg. Umgebung beachten und jetzt parkt dich der BMW Zweier Active Tourer vollautomatisch in einem Rutsch in die Parklücke. Das Ganze wird auch super schön animiert und am Display kommuniziert. Sogar der Parkplatz wird hier im Original markiert. Einmal repositionieren und wenn der Zweier Active Tourer fertig ist, bestätige das mit einem Gong. Hammer! Und auch beim Ausparken unterstützt er dich. Fuß auf die Bremse, Ausparken anwählen, der Motor startet, Hände weg, Füße weg und jetzt bringt dich der BMW Zweier Active Tourer in eine komfortable Situation, wo du in einem Rutsch in den fließenden Verkehr ausparken kannst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.